Was geht ab, Freunde? Ich habe jetzt hier die Mädels zusammengerufen, denn wir machen heute eine kleine Challenge. Was ihr allerdings nicht wisst, ist, dass die Challenge draußen stattfindet. Oh no. Es sieht wunderschön aus und ich würde sagen, es wird Zeit für, wer länger im Schnee aushält, gewinnt. Super, wir ziehen uns nicht um und gehen einfach so rum. Ich muss ja so kurz umsagen. Ich auch, Blöder. Das ist die Challenge. Es ist ja schon jetzt schon kalt. Nein, wir haben längst einen Durchhalt. Gewinn, Freunde. Es schneit auch gerade. Es sind, glaube ich... Wow, der nennt sich Basketballer. Es sind auch tatsächlich stabile Minus 6 Grad. Das geht fit. Ab geht's raus. Und diesmal ohne Sachen mitnehmen. Aber mit Mütze. Zieh eine Mütze von mir aus auf. Er hat schon eine Mütze, weil darauf steht sein Name. Ah, für Asche. So, Schuhe ziehe ich aber an, Freunde. Das ist schon unfair eigentlich, ne? Sag der mit der Mütze. Na gut. Wenn du willst, kannst du den Basketballkorb mitnehmen. Ich weiß, du bist Basketballer. Aber was ist die Challenge? Ja, aushalten. Meinst du nicht, es wird kalt? Aber wenn es für dich keine Challenge ist, dann hast du ja kein Problem. Okay. Okay, die Challenge startet. Drei, zwei, eins. Ich hole doch mein Handy. Los. Ich bin auch mein Handy. Wo ist mein Handy? Ach, guck mal hier. Junge. Aschgeil. Sieht man den ganzen Schmier und so? Ne, ne. Okay, okay, warte mal. Wir haben jetzt genau 17 Uhr eins. Mal sehen, wie lange wir durchhalten. Wow. Gott, ne. Wir müssen uns ein bisschen warm halten, Freunde. Wir müssen uns ein bisschen bewegen. Boah, guck dir den ganzen Schnee hier an, Alter. Oh, da ist es so. Ja, ja. Hier. Alter. Alter. Das ist so, okay. Feuer. Oh Gott. Oh Gott. Das ist noch mal ein anderes Ding, als wer länger auf Terrasse ausfällt, dies, das. Das ist scheiße. Schläger, Schluck, Verlierer macht euch Schneeengel. Nein. Nein. Ich fände schon mit der Hand so. Oh. Oh, Mann. Boah, guckt euch das mal an, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist todesgefroren. War das voll mit Wasser? Oh mein Gott, ja. Krank. Okay, langsam wird es euch nachgelegt, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Ich glaube, ich muss mich mal hinsetzen, weil mir so kalt ist, oder? Ja. Sieht sehr, sieht sehr gut. Sieht sehr gemütlich aus auf jeden Fall. Das ist viel besser. Und der will keinen Schneeengel machen, Alter. Oh mein Gott. Was soll ich machen? Keine Ahnung, du wolltest den Ball, Alter. Hast den Korb kaputt gemacht. Irgendwas abgebrochen. Oh nein. Anders kalt, Alter. Es schneit ja. Guck mal, guck mal, wie hoch der Schnee auch liegt. Hm, war ja so. Ein Ball. Ein Ball. Ein bisschen hochhalten. Komm, hochhalten. Warte. Bäm. Bäm. Oh. Bye. Hörst du mal? Ach so. Bye, have a great time. Oh shit, Digga. Du hast ja fünf Minuten oder so draußen, Alter. Ich kann nicht mehr. Luca, ist dein Ball? Was? Ist dein Ball. Wessen Ball sonst? Egal. Scheiß auf den Ball. Du sagst mir so kalt. So kalt. Ja, so kalt. So kalt ist es. Wie kalt ist es bei dir? So kalt. Egal, jetzt kommst du. Weil die Nachbarn. Die würden sich denken, was ist mit dem? Ich kann nicht mehr. Du bist sogar noch am dicksten angezogen. Du hast noch mal eine Hose. Ich muss mich grad abschäden. Michael, für die ist das nicht. Ich hab nur für meine Spucke Friede. Du hast sechs Minuten durchgehalten. Da drin ist auch keine Wärme mehr los. Guck dir den Grill an, Alter. Wollen wir, wollen wir. Jetzt mal ein bisschen grillen hier. Mal ein Holz hier oben. Da musst du ein bisschen das Dreck für uns machen, oder? Ja, wirklich. Sieht hier wirklich unmöglich aus, Alter. So ist es wirklich gut. Wir brauchen auch mal den Regenschirm eigentlich, beziehungsweise. In dem Fall den Sonnenschirm. Ja, die Sonne, die blendet schon den ganzen Tag so ein bisschen, ne? Jawoll. Steck dir mal rein. Irgendwie fehlt da eine Stange. Ja. Ja. Ich komm auch. Hier drunter ist warm. Ich komm auch. Tschüssi. Puhuhuhu. Jetzt mal ohne Spaß. Es wärmer. Was machen wir jetzt so schönes? Es ist schon acht Minuten hier. Warum machen wir das eigentlich für Klicks? Ja, bitte lass dein Like da, Alter. Wenn ihr euch jetzt schon seht, lass dein Like da. Danach paar Zehen abgefroren, aber ist egal. Hauptsache drei Klicks. Wann ist es denn zu Ende, wenn einer aufgibt? Einer muss noch aufgeben. Soll ich so faken? Soll ich einfach sagen, dass es mir zu kalt wird? Wir müssen ja nicht wissen, dass es fake ist. Nein, nein. Ein TikTok-Trend? Dafür muss ich ja auf die Knie gehen. Mach mal. Mach mal. Was kommt jetzt? Da muss ich wirklich auf die Knie gehen dafür? Was passiert hier? Was für ein TikTok-Trend? Was ist so ein Trends hier für? Was? Ey, mein TikTok hat man die Gesichter voll gesehen, Digga. Bei mir. Ja, das ist ne gute Idee. Ich glaub, du hast ein bestes Gesicht dafür. Ja, ja. Bei meinem Gesicht. Ich glaub, bei meinem Gesicht ist das nicht so gut. So richtig reindrücken. Nice. Aber warte, man muss ehrlich sagen. Das sieht schon ein bisschen mehr. Er hat auch besser aus. Ein bisschen sieht man. Meine riesen Nase und so. Ey, bei TikTok hast du viel besser aus. Junge, TikTok alles weg, Alter. Mein Penis ist weg. Ich spiel grad jetzt nicht mehr da. Ich bin jetzt ne Frau, Alter. Er ist einfach weg. Oh, meine Hände, Mann. Guck mal, wie rot meine Hände sind. Sonst kriegt man Lungenentzündung oder so. Lungenentzündung plus Corona nicht gut. Ich glaub, ich gönne dir diese Win auf deinem Kanal. Warte. Ich hab Furz. Der frierende Furz. Nee, ich kann noch, ich kann noch. Du kannst das? Ja, das ist elf Minuten. Alles gut. Wie lange soll das Video denn gehen? Bis du aufgibst. Hättest du dir mal an dein Decker mitnehmen sollen. Weißt du, wie loko es wäre? Mir ist gar nicht kalt. Mir ist nicht kalt. Mir ist nicht kalt. In Tschechien machen wir es immer so. Mir ist nicht kalt. Ich bin ein richtiger Mann. Mir ist nicht kalt. Du kannst reingehen, wenn du isst. Ich weiß nicht, warum du mich überhaupt für diese Challenge eingeladen hast. Weil mir ist nicht kalt. Ich spiel meine Hände nicht, Alter. Und mein Penis ist weg. Penis brauchen wir nicht mehr. Ich glaub, ich breche auf. Breche auf, Junge. Komm, breche auf. Ich könnte diesen Win. Ja, let's go. Mach das wirklich? Ich muss recht ein TikTok drehen. Ah! Zieh durch, Junge. Zieh durch. Was? Wo ist sie? Sie hat sich gerecht, Alter. Für das eine Mann. Da ist sie. Mach kein 31er jetzt hier. Tom will abbrechen. Lass ihn. Lass ihn abbrechen. Ich will gewinnen, Mann. Lass ihn abbrechen. Ja, let's go. Let's go. Endlich mal wieder eine Challenge gewonnen auf meinem Kanal, Freunde. Maschallah. Ich mach mir jetzt hier noch ein Würstchen. Perfekt. Ich glaub, das war's. Ich glaub, den Ball hol ich wirklich nicht. Er ist mir zu weit. Aber den Korb muss man auch nicht reinnehmen. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Ich chill noch ein bisschen hier. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.